Die Schweinfurter haben allerdings auch ein Heimspiel mehr auf dem Konto. Also los geht's, die Bayern-Amateure in den ersten 45 Minuten vor Muzic, der zum dritten Mal in Folge. Taylor Booth im zentralen Mittelfeld als Ballverteiler gut durchgesteckt auf Vidovic. Schade, kann den Ball da nicht mitnehmen. Hat sie ihm mächtig Offensivschwung verliehen, die Frisur. Vidovic traf ja auch zuletzt. Hoffentlich bald wieder auch 19-Jährigen. Da ist das kurz ausgeführt, Vidovic, der kann eins gegen eins, zieh ab. Abgefälscht, zweiter Ball, passt auf, gutes Stellungsspiel. Klasse, hier die Ball an und mit nach. Tillmann, gutes Zusammenspiel, Malik Tillmann, klasse! Super rausgespielt! Was für ein feiner Treffer. Das war ein Spielzug, lecker bisschen. 1-0, die Führung für die Bayern-Amateure. Ein Augenschmaus. 14. Saisontreffer für die Bayern-Amateure. Guten Kreuzinger. Gleich mit dem Gegenstoß. Vidovic ging zwei. Klasse gemacht. Und fällt an. Leitet den Konter ein. Vidovic, die Bayern im Vollspeed nach vorn. Amindo Sieb geht mit. Rechts Copado, Doppelpass. Vidovic mit Sieb. Und die Bayern machen weiter Druck. Vidovic. Freistoßballspiel von David Grötzinger. Rückenmeer. Und Copado. Und Scott. Und diese Szene hier. Lassen die Bayern auch immer wieder in Ruhe aufbauen. Über die Dreierabwehrkette. Vidovic lässt sich mal sehr tief fallen. Vidovic. Für die Bayern. Gabi Vidovic mit der Chance. Auf den Doppelpack und das 3 zu 0. Das Duell gegen Bennett Schmidt in der 30. Vidovic. Bennett Schmidt antiecke. Aber der war zu gut geschossen. Einmal durchatmen. Zweimal durchatmen. Hat was von Robert Lewandowski. Ich glaube, da werden wir noch viel Spaß haben. Und dann wieder der frühe Ballgewinn. Vidovic. Tillmann. Da musst du erst mal machen. Und Lee. Und Vidovic. Copado. Für Vidovic. Hält gut. Dagegen. Vereinzelt. Vidovic. Kommando außen. Oh, aber er nimmt es über die Mitte. Copado. Ein bisschen vorsichtig, bevor ich wieder zu schnell was raus... Fernliegen nochmal zurück auf den Freistoßschützen. Auf Vidovic. Auf Vidovic. Und das Zuspiel auf für Vidovic. Und das gleiche Spielchen. Die Bayern-Amateure können sich da im letzten Drittel... macht das Spiel jetzt schnell. Immer noch Lee Vidovic. 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 Ich kontentiere es gerade. Vidovic. Weiterhin sehr agil. Jetzt nach der Ecke. Vidovic. wird diese bringen. Vidovic. 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 Der erste Einsatz seit August. Für auch eine leichte Körperberührung für die Hans-Foul. Ja, natürlich auch für Timo Kern. Vidovic. Kern neben Maxi Weltmeier. Die Routiniers bei unseren Amateuren. Apropos, um auch die absenten Spieler zu nennen. Maxi Weltmeier. man jetzt bei den 19 im einsatz base hinten sehr sehr aufmerksam und zu reden haben sie ja schon in den ersten 45 minuten richtig auf die tube gedrückt waren bei namen jetzt